was haben wir hier wie schön beruhigend das feuer im hintergrund flackert knistert ich glaube die bilder gibt es in der form wirklich so was haben wir jetzt ja den haben wir hier ok können wir uns nur angucken hier war eine treppe gewesen oh was ist das was auch immer das ist ich habe keine ahnung warum kann ich da gucken aber es geht hier noch weiter runter ok das muss irgendwas mit dem ding da zu tun haben warte mal warte mal da war war da nicht eben gerade was warte mal da war doch der cursor nun kommt hier rüber was ist das ok ich gucke mal kurz hier nach das ist hier das ist hier wieder dieses typische ich vermute mal ganz stark ja ich glaube ja 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 ich vermute mal ganz stark das ist hier die finden jetzt langsam ihre verwendung wir müssen das ding hier zusammenbauen warum auch immer wir das ding zusammenbauen was waren dann der andere stein der uns weggenommen worden ist so und den müssen wir zusammenbauen wenn ich das hier sehe es ist fast schier unmöglich ist klar das heißt wir können jetzt die die dinger hier nachkommen in irgendeiner konstellation in irgendeiner reihenfolge irgendwie zusammenpatschen es gibt keinen hinweis darauf wie das passieren soll ach du ach du ahnst es nicht so das heißt das wären jetzt wahrscheinlich gefühlt 20 200 stunden es gibt keinen hinweis wir haben nie eingehabt wahrscheinlich hier sowas wäre ein hinweis irgendwo steht hier was drin mit den notizen was wie welche rolle spielen würde aber ich glaube okay ja also wenn er mir nicht untergekommen ist dann war er sehr gut versteckt also eigentlich haben wir bisher doch alles gefunden irgendwo mal hier mit ein bisschen hilfe ansonsten hat es also das finden war nie das problem das hauptproblem sind die puzzel und die puzzel sind wirklich haarsträumend haarsträumend schwer ja und die ich denke mal die puzzel sind auch das problem warum das spiel in der bewertung nach unten gegangen ist denn die geschichte ist eigentlich in ordnung so wir machen es mal folgendermaßen ich habe jetzt nämlich hier geguckt so beute mit ruhen anklicken und dann okay diese 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 codes die ich hier eingegeben hatte der hier hieß zum beispiel gemstone diese codes sind im spiel versteckt also die gibt es auch noch dazu zu finden das ist halt noch das interessanter da an der stelle und die frage ist warum musste ich jetzt hier unten rein gehen was was ist der sinn und zweck hier unten rein zu gehen gar nicht das ist auch so ein ding es gibt halt dinge hier die so intensiv gerendert mit video sequenzen mit einem drum und dran sind und dabei keine relevanz fürs spiel haben oh was das äh wo habe ich jetzt ja ach so da habe ich hinten auf die tür geklickt mhm okay wenn man jetzt genauer hinguckt dann weiß man was was phase ist so verwenden und jetzt qualms lasst mich raten wir müssen jetzt dadurch durch das okulada gucken dass wir luego In centuries past, this holy place was devoted to the great, gray god of Asgard, leader of the Aesir. On this spot was his altar dedicated, and here did those who served him return when they were discovered among the legions of Christ. In this place was the ritual of his return to be undertaken, and here was he most foully betrayed by usurpers among us. As did Eardolph in ages past, they undertook to assume his mantle and establish their suserity. I was the keeper of the sacred triad who endeavored to seek Rathalia's chamber from their unclean hands, leaving them its empty shell. And it was I who was chosen as their witness and final sacrifice, whose writhed soul was left among that encasement's shattered remains as theirs were sent to torment in Aedes. Long have I watched and waited for the next witness, he who would complete my bitter quest. And now must I enlighten you, the unwitting enemy of my god, in order to forestall his usurpation. Shatterth the earliest prison to convey the gray god to those who would mock him. Keep it not for thine own purposes I so unwisely did. Go now through the egress that I have long ago prepared. Preserve your soul and that of your nation. Let him sleep his icy sleep. Forever safe and forever unawaking. Okay. Er hat gequalmt. Ich gehe mal kurz runtergucken hier. Wir sollen sein Werk vollenden und fortsetzen. Okay, das brennt da unten. Warte mal. Oder was auch immer da ist. Deswegen hat es wahrscheinlich gequalmt. Und jetzt erschließt sich wahrscheinlich, warum es hier unten so ein Ding gibt. Warte mal. Warte mal. Was ist hier? Hier ist nichts. Nö. Hier hinten irgendwas. Oh mein Gott. Oh. Oh nee, ne. Ohne jeglichen Hinweis. Oh, das Spiel ist echt hardcore. Das heißt, alle diese Felder, die hier sind. Oh. Nee. Ja, und jetzt haben wir eine Platte oder was? Warte mal. Hier drüben ist doch ein Spiegel oder sowas. Wir sehen jetzt hier drinnen was, ne? Okay. Die können wir nicht drehen, aber hier drüben können wir drehen. So. Machen wir mal das gleiche hier. Da ist die Platte. Und so. Huch. Kann ich jetzt nach unten die? Mal gucken. Hat sich was geändert? Nö, ne? So. So. Was bedeutet das jetzt? Was heißt das jetzt? Na, den Rubin in der Mitte konnte ich ja nicht anfassen. Das war ja mein Problem. Haben wir hier noch irgendwas? Dieses scheiß Muster, ja. Würde mich nicht wundern, können wir hier draußen auch noch rumlaufen? Ich guck mal. Ich guck mal. Vergleichbares hier in der Gegend. Die Bilder kann man ja angucken. Das macht ja sonst keinen Sinn. Da ist nichts. Da ist die Tür. Warum sollte ich sonst die Bilder hier angucken können? Wollen wir mal hier können wir hin? Ah ne. Da können wir da unten hin. So. Oh. Irgendwas ist jetzt anders. Was ist denn jetzt anders? Was ist denn jetzt anders? Habe ich die nicht richtig? Die Platte ist ein Spiegel. Es wäre wahrscheinlich gut, wenn hier eine Info käme, was er gerade sieht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Lokalisationsproblem ist oder eben halt nicht. Die Platten scheinen Spiegel zu sein. Deswegen sehen wir auch eine Reflexion in dem Ding drin, richtig? So. Und jetzt sehen wir. Moment mal. Ist das vielleicht hier, was wir dann sehen? Wir gucken hinten durch. Wir gucken hinten durch. Warte mal. Wir gucken hinten durch. Da in den Spiegel. Spiegel. Hier hinten in den Spiegel. Und hier sehen wir eine Reflexion. Was ist denn? Oh. Das ist ein Stück. Okay. Das ist das Stück. Aber ich war nicht zu Ende. Ich habe mir durch die Türke, durch die Ruhe von der Ruin-Monastery geschaut. Das ist vor allem vor, ich bin in die Vestriemen, der Stadt Ich war sehr nahe, sehr nahe. Well, well, well. Wenn es nicht von Hess. Fancy meeting dich hier. Wer? Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, was ich. Ah, Herr Pearson, wenn ich nicht... Ah, 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 ah. No sudden moves. Es wäre ein Schmerz zu haben. Don't be a fool. Du wohnst nicht aus deinem Leben. Ich weiß nicht, dass ich hier nicht genug bin. Du bluffer. Just go ahead and try me. Besides, your men aren't gonna be doing any shooting as long as I've got you here. It seems that you have me at a disadvantage then. You're damn right I do. So now you're gonna answer a few questions for me. As you wish. Oh, oh, ich darf wieder, okay. Interessant ist, oh. Das Emblem hier ist da verkehrt rum, oder? Bewusst wahrscheinlich. Hier ist es richtig, da. Also das Emblem ist nicht richtig, aber korrekt dargestellt. Das hier nicht, was wir im Video gesehen haben, das war verkehrt rum. So, das da. Ich will wissen, was wirklich passiert in Cleveland in 1941. Wie war das wirklich passiert in Cleveland in 1941? Wie war das zu Dr. Eisenstadt? Aber ich war nicht zu jemandem. Ich war nicht zu jemandem. Ich war in deinem Stadion der ganze Zeit. Wenn die Kriegen gebrochen, ich war wieder zurück zu meinem Land. Dann, wer hat Eisendstadt? Wer hat die Dahlia? Ich habe keine Ahnung, was du bist. Du bist für ein Idiot. Du war in der Raven Room für ein Grund. Wer hat Eisendstadt? Ich versuche ich nicht zu diesem Mann. Dann, wer hat das? Ich weiß nicht. Du bist ein Liegen. Spill es! Du was du musst zu mir. Es gibt Fates, wurser als das. Was ist da? Sie sind die Rituale Stadion. Was sind die Rituale Stadion? Es wäre besser für dich, wenn du mich verlassenst. Du bist in der Situation hier. Ja, ja. Ich verstehe die Concern. Ich werde jetzt nicht wieder fragen. Was Rituale Stadion? Die Skull und die Chalice. Es wird nicht gut für dich ohne die Dahlia. Aber wie hast du wissen? Ich habe fünf Jahre zu wissen, was das Gem's secret war. Dann, wer die Dahlia kontrolliert wird. Was ist das mit den Dahlia und der Welt? Du wirst wissen, dass du hier keine Hoffnung hast. Deine Situation ist hoffentlich. Du bist mit einer Kraft von Männern, die damals die elitischen Offizier der SS. Ich kann dir aber auch sagen, dass wenn du überraschst, du wirst die größte Konsequenzen behandelt werden. Ich weiß, was deine Idee von Konsequenzen ist. Ein Blut in den Händen. Ich glaube nicht. Ich finde es aber putzig, dass die Deutschen als Krauts dargestellt werden, ja. Wegen Sauerkraut. Du hast mich schon seit Cleveland gespielt. Ich hatte über nichts davon. Woh? 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 Wir haben gar keine Angst, die du unter als Tal ist und HARRIS hast! Vielleicht sollte ich dich zeيعерм erklärt in das Nuremberg-Tribunium! Bisher sind mir mit dem eranometerpratoren. Siehst du, wie du anfangen möchtest? Wineslow? Was hast du jetzt getan? Nein, kannst auf deinem Sie wussten sich aus der empresa Zombie, die Journalistinnen haben. Oh, wie er lacht. Ich wusste, den kann man nicht trauern. Ich kann nicht überlegen, dass ich das Bedeutung habe. Ich denke, es ist besser, wenn du das Bedeutung hast, Sport. Das Nachteil könnte auf jeden Fall gehen. Ich verstehe nicht. Was ist dein Spiel, Winslow? Oh, du warst immer ziemlich naïve, Jimbo. Ich dachte, dass wir nur Glück haben, als er uns in der Bruderhütze gebracht hat. Aber wirklich, Dr. Eisenstadt, der Torso-Killer selbst. Es ist fast zu viel zu fragen. Und du legst mich direkt zu der Tür, wo du wirst. Du? Du warst die Person, die Sie zuerst? Oh, ja. Guilty as charged. Nicht so smart, als du glaubst, eh, Sport? Smart genug, als du zu der Black Dahlia, bevor du. Du hast es. Ja, das stimmt, ich habe es. Aber du erzähl mir, ob diese Sache so wichtig ist. Warum? Es war das Foold, Hitler. Und das Pathetic-little-man. Wir haben ihn als ein God, aber was er gemacht hat, wenn wir ihm den meansen zu kontrollieren? Er hat ihn auf dem Grund, wo das Ding belongs. Oh, Jimbo. Du wirst mich verletzt. Ich dachte, dass du, von allen Menschen, wirst es... ...s... ...gerandeur? Es ist nichts grand über es. Das Gems brachte das Welt nichts, aber evil. Sacrifices haben sich gemacht. Aber... Aber... ...ist das die Wahrheit behind all of man's glorious endeavours? The pyramids were built on the backs of a thousand slaves. The Colosseum on the blood of its gladiators. Empires on the lives of their soldiers. All testaments to madmen. Pencil dicks like you. No. 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 Where is it? Where's the Dahlia? I... I sold it... ...to a five dollar whore. How is your mother these days, Dick? Clever, Jimbo. Ow! Where is it? Shove it up your ass. Ah, well. I didn't expect you to cooperate. But you shan't deter me for long. I will find the Dahlia. Not if I can help it. Jimbo, really? You're in no position to stop me from doing anything. As long as I have the Dahlia. How about you don't, do you? You were quite good there for a moment, Sport. I really didn't believe that he had it. But if you really did have it, you never would have told me, now would you? So now what? We could spend a few hours torturing you just for fun. But I'm afraid I really don't have time for that now. The only thing to do... ...is to kill you. It's shame, really. I always did like you, Jimbo. I can see you're all busted up. Goodbye, old sport. Oops. There's a thing. Why do they do the other thing not? Had he just said, he's going to do it? Aua. 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 Der Dolch. Wenn wir die nicht gefunden hätten. Da 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 da. Winslow seemingly vanished into thin air. When I reported his treachery to the State Department, they told me they had nothing on him. I decided my best bet for finding Winslow would be to find the Black Dahlia. An enterprising corporal at the Quartermaster Corps had stolen it and put it up for sale in the black market. A little convincing helped him to remember selling it to a young pilot named Matt Collins. I arrived at the base where the pilot was stationed, hoping to catch up to the Black Dahlia once more. Smoke? Thanks, Matt. What can I do for you? Looking for a pilot named Collins? You too late. What do you mean? You ship home? No, Mac. He went down a few days ago. Damnedest thing. Best pilot in the squadron. 22 kills during the war and he doesn't get so much as a scratch. Now his plane goes down during routine maneuvers. Mechanical failure, they think. His shoot didn't work neither. Damn queer if you ask me. I'm tired of thinking. We should have to take care of this. What about it. We should've made it.